Neue Monster, sehr gute Musik, schnelle Dialoge und vor allen Dingen so ein paar Sachen, muss ich ehrlich gestehen, wo ich mir dachte, boah, das ist sehr aktuell, das trifft wahnsinnig, ja das sagt man zwar immer gerne so, aber es ist tatsächlich, es trifft, finde ich schon sehr, den, wie sagt man, den Zahn der Zeit, gerade darum, wenn es darum geht, wie unterschiedliche Menschen oder, sag ich mal, unterschiedliche Lebewesen eigentlich doch ganz gut, selbst nach so einem kleinen Schiff unter der Beachtung bestimmter Kriterien sehr gut miteinander zurechtkommen können und das leben die uns auf diesem Boot vor und das ist sehr, also auch Menschen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, können plötzlich doch miteinander und da hat der Film etwas sehr, wie soll ich sagen, Integratives, um mal am Zahn der Zeit zu sprechen.